Nimm mal dein Handy, dreh es um, halt es an dein Ohr und schüttel es hin und her. Viele von euch hören jetzt ein leichtes Klackern, aber warum? Warum? Wieso? Hör ich nicht! Zuerst kurz in Warnung, in deinem Handy ist nichts locker und es ist auch nichts kaputt. Dieses Geräusch ist ein Zeichen dafür, dass deine Handykamera ein spezielles Feature hat, eine optische Bildstabilisierung. Würden wir so ein Handy aufschrauben, dann könnten wir die Kameralinse vorsichtig hin und her bewegen. Diese Bewegung ist auch das, was ihr hört, wenn ihr das Handy schüttelt. Nur wozu ist die gut? Naja, wie der Name schon sagt, wird das Bild stabilisiert. Das kann beim Fotografieren sein. Wenn wir das Handy halten, dann wackeln wir immer ganz leicht hin und her. Diese Stabilisierung hat aber eben Puffer und gleicht das aus, sodass das Foto am Ende gut aussieht. Das gilt aber auch für Videos, zum Beispiel während ihr lauft. Die Bewegungen werden natürlich nicht komplett ausgeglichen, aber schaut euch mal das hier an. Links mit optischer Bildstabilisierung sieht schon sehr viel besser aus.